Moin Leute und Willkommen zu einer weiteren Episode meiner Level Reihe. Wir befinden uns hier immer noch im Krähenwinkel und haben hier in der letzten Episode die Quests angenommen. Und die erledigen wir jetzt einmal. Oh yeah. Nach dem 1000 Toten in der letzten Episode hoffe ich jetzt doch mal, dass wir nicht so oft sterben. Und ich muss meine Gifte erneuern. Uh, Gifte erneuern. Total vergessen. So, dann können wir auch direkt schon mal einen Prank einschmeißen. Yeah. So kann es dann beginnen. Ab gehts. So, wir müssen auf jeden Fall die Feder von Siv retten, sag ich schon. Von Siv-Crabben. Dann müssen wir 10 Echo-Jäger getötet haben. Und dann hier noch Illusions-Anhänger sammeln. Okay, da ist schon mal einer. Beziehungsweise deaktivieren oder was auch immer. Ich habe es mir jetzt nicht genau durchgelesen. Und da geht es ab. Uh, da ist schon der erste Gegner. Ja, der meinte mir den Arsch zu jucken. Was ist denn das? Die Illusions-Anhänger schmettern. Entfängt die Illusion durch. Ach so, okay. Äh, ja. Verstanden. Schon okay. Alles okay. Alles im grünen Bereich. Alles im grünen Bereich, du. So, dann schnappen wir uns mit das. Da die das ja so schön hier gelootet haben. Beziehungsweise alles getötet haben. Das ist ja in aller Ruhe gelooten. Dankeschön. Das spart mir Zeit. Ja, leck. Ach. Ach, das ist eine Phase. Okay. Halt die Jünger auf. Oh, lol. Boah. Dann gehen sie ab. Yeah, komm her. Ja. Sind sie down. Das ist der nächste. Sehr schön. Können wir uns sichtbar bleiben? Ja, können wir. Anscheinend. Boah. Komm her. Ja. 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 Komm her. Haben wir da? Haben wir noch so einen Helfer? Geil. Umso leichter. Umso besser, umso leichter. So. Aber es ist nicht allzu schwer. Und es zeigt auch unsichtbar. Oder? Wie lange braucht ihr noch? Oh. Er geht ab. Ja. Da sind sie. Ja. 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 Ich nicht. Ich hab mir für Level 100 kein Level EG gekauft. Sollte ich eigentlich mal machen. Aber lohnt's ja jetzt grad nicht. Sei nicht level dann. Nein. Der Leder trägt. Dann ist das wieder was anderes. Aber okay. So. Da haben wir's. Oh. Ja. Schön. 16.800. Schaff das Auge von Anzu. Ja. Beschaffen wir dir. Wenn du's haben möchtest, kriegst du's. Ja. Ja. Aber da können wir erstmal noch ein paar Illusionsanhänger deaktivieren. oder was auch immer. Oh. Kommt soll er jetzt nicht? Ja. Wollte ich grad sagen. Stunt die Gegner. Alles klar. Sehr schön. Da steht ein Dudu. Level 100. Da steht ein Dudu. Rentiergestalt. Nice. Da komm her. Wo bist du? Komm her. Du bist geschnitzelt. Yeah. Too easy. Okay. Unsichtbar machen lohnt sich auch nicht. Ja. Dann kommen wir jetzt hier runter direkt. Total sinnlos. Mini man. Total. So. Dann wird er geschnitzelt. Dann ist er down. Dann kann er gar nichts mehr machen. Gar nichts. Aber die schauen wir noch darunter. Yeah. Wie wir runterfallen ist so geil. Wunder. Juuu. So. Das kann ich jetzt nicht schnitzeln. Doch. Kann ich. Doch. Und das schon sagen will ich verarschen jetzt. Hä. Ich wie egal getötet 1 von 10. Ja. Das war eine garstige Quest. Man muss hier schon auch Leute töten. Ja. Aber okay. Was wir machen. Sie im Standard hier in WoW. So. Wir müssen glaube ich darunter. War das so? Ja. 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 sich aufgelöst die erde muss jetzt hier im moment spornen komm schon komm schon jetzt wartet er natürlich ewig also hallo du bist geschnitzelt komm herr lecker der mensch da kommt der mädchen kann sie gar nichts mehr machen jetzt davon weg genau bei uns ist natürlich aber das wollen wir ja nicht aber jetzt der trainer noch voll durch da ist er da und müssen aufpassen knapp aber wir haben es auge von an zu zu geil und es klingelt ist es 100 pro für mich es ist für mich wartet gerade ganz kurz leute ganz kurz so da bin ich wieder und ich habe vergessen das video zu pausieren na toll naja wie krieg ich nicht ausgeschnitten ich krieg es irgendwie hin ich werde irgendwie hinbekommen falls nicht habt ihr was mit gehört je nachdem wie viel zeit ich noch habe so kommt schon da kann man eigentlich auf mountain jetzt müssen wir noch diese echo jäger töten echo jäger kann schon natürlich spielen nicht unsichtbar komm mal her echo jäger komm runter meine ich wieder zu trollen hier so zwei von zehn sehr nice doch dran kommen oder okay dann höre ich lieber aufzustanden und dauert umso länger es wäre nämlich sehr schön jetzt bist du dran komm her sehr schön komm her ich bin mal fünf im bunde hoch ist auch ein rare mob fucking hell natürlich jetzt bin ich noch gestern du bist so geil oder was schau mal gesundung rein alleine will ich nicht machen alleine will ich die nicht machen komm her so entnahme noch ein paar echo jäger noch vier noch die betonung dafür noch jetzt war ich mich wohl wo ist er denn da ist er sehr schön hallo der nächste angeflogen logisch mit ist wenn sie direkt an fliegen direkt umso besser mehr 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 ein paar gifte gifte war da meint er mir wieder der mich zuzuführen zu geil und jetzt nur ein kommen den kriege ich auch so mehr dieser dauern soll da haben wir alles sehr schön alles da unten oder wie ja du siehst aus na dann dann war hallo in der gilde ja sag ich dazu nur und ich hänge fest wie so ein trottel ho ho he he komm schon mal zu schlange schlängel dich rum schlängel 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 gib mir die xp ein niedert muss immer ach da ok ach ja ok ok ich erinnere mich hier so alles kriegen wir hier ja das ist nicht schlecht das haben wir hier xp sehr schön und hier noch mehr xp danke dir betritt das terror perock versteckt mit reschert alles klar machen wir doch wir sind fast da ja danke ich bin nur ein g-manager verborgen nein so einfach ach die jenny so schön so damals flugpunkt und einmal die quest abgeben bitte kriege ich die quest bitte ja lacht schatten verdichten wir werden von kühner ja 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 ein bisschen weiter spreche ich mit schatten weiser ist kann überzeugt ihnen jasper teufel freizulassen ok dann überzeugen wir ihn mal das war genau wie der so lasst den gefangenen frei wir stehen in der schuld seines meisters seines meisters so schön so bitteschön spreche mit jasper teufel in südhafen weise soll sowas ist total unnötig jetzt müssen wir noch weiter reiten aber da kriegen wir wenigstens unsere geldenfähigkeit das ist nicht schlecht und meine katze guckt schon wieder so komisch vielleicht hat sie hunger auf meine pizza denn das ist ja gerade gekommen meine pizza oh ja oh leck alter ich rieche es oh thunfischpizza mit äh dingens wie hieß es pizzabrötchen und Kräuterbutter oh mein gott ich habe hunger ah gibts mir aber so lange kann ich noch aushalten so lange kann ich noch aushalten ja hallo südhafen ist aber schön so was bänden achtung und da kommen dann die sagen gekommen salutiert für zuckerlust für die allianz das ist geil so wer hat einen weg genau jetzt können wir auch hier unser unsere fähigkeit 2 da haben wir halber heimat standardmäßig hier genau da kann man jetzt da unserem flugpunkt errichten beziehungsweise erlernen so oder entdecken wie es so schön da steht so bitteschön 1.900 kriege ich dafür spreche ich mit den ok ok ach du scheiße jetzt eine ganze armee von quest admiral taylor da ist er wieder so haben wir noch das oh mein gott dann du percy da ist sie da ist sie weiß man recht dann jup marma und dann müssen wir noch da rein genau da haben wir den quest schalom gesucht ok das ist doch diese drei spielern ich habe leider keine drei spieler zur verfügung hier ich habe auch keinen bock die zu suchen würde ich auch mal gerne machen aber way sind nicht hier unten im fall club aber die heißen arbeiter ratzfatz arbeiter aber hier müssen wir noch mit jemanden sprechen du nicht ne 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 das bestimmt oben oben oder oben ne doch nicht doch außen really ist so übersehen hallo achso ahja na reist zur werkstatt genau zur werkstatt quatsch 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 also eigentlich total schwachsinnig ist ahja genau aber ok das machen wir dann doch eher als erstes als das andere das kann man ja auch noch machen das andere ist eigentlich ein total scheißegal oh da klingelt mein handy hallo handy hallo handy was möchtest du handy hallo handy was machst du denn da so dann antworten wir nochmal schön so haben wir hier unseren flugpunkt ja abgecheckt 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 und dann können wir hier die quest erstmal beenden quatsch 5 ja und dann nehmen wir hier fest an genau das ist doch da hinten das ich erinnere mich ähm hier gab es noch mehr oder es war noch nicht zwei war es doch die zwei einzigsten quest die wir abgeben müssen tatsache gut dann haben wir noch eine quest hallo ja töten sporentreiber ja das machen wir auch aber ja ihr habt mich gerettet ja aber das machen wir in der nächsten episode denn ich habe langsam hunger und äh wir sind ja fast an der 20 minuten grenze auch wenn ich ein bisschen schneiden musste wenn überhaupt ich weiß es ja nicht mal gucken ob ich das jetzt noch hinbekomme ich denke mal, wird ja nicht so schwer sein na gut, ich hoffe die Episode hat euch gefallen, falls ja, denkt dran einen Daumen nach oben zu geben, ohne jetzt einen Kommentar zu hinterlassen und wir sehen uns das nächste Mal ich bin der Michi Man, ciao